So ihr Lieben, 3, 2, 1, es geht los. Die erste Runde unseres Partybusses startet. Ich wünsche uns allen ein schönes Fest, heute wieder eine schöne Musiknacht. Viel Spaß und wie gesagt, fahrt einfach mal rum, macht euch selber ein Bild von den wunderschönen Locations, die diesmal alle mit der Bank sind. So, willkommen zu unserer ersten offiziellen Tour. Unsere Runde hat es dann, dann zum KfL, dann in die Innenstadt und schließlich wieder hier zum Bahnhof. Mit zwei Bussen erstmals unterwegs, zweimal Party heißt, wir können auch mehr Leute transportieren. Bei uns das erste Chorfest des Jahres 2023, hier im Partybuss. Bei uns ist es, die Skillsangreben, die Manischung. In der Raum, du verastst es, du hast es, du hast es, du hast es, du hast es, du kannst es, du hast es. Das ist toll, ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht mehr verhaftet. Hallo, Baby! Ja! 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 Der Toll ist der Pannik, der Toll ist der Pannik, der Pannik, der Pannik, ja! Na, wie heißt die? Mach mal eine Oda! Mach mal eine Oda! Oh, super! Es ist wie eine freie Rolle, und ihr könnt alle schreien! Oh, ich hab euch in den Tod! Richtig! Ich verlieren den Verstand! Ich geh wieder an die Rotse! Ich geh zurück nach Besterland! das Beste. Was immer wieder mit dem den die schLING von Elole was immer wieder es ge Untertitelung des ZDF für funk, 2017